Dass die FPÖ in der Steiermark trotz ihres beliebten Landeschefs Mario Kunasek bei der Landtagswahl abgestürzt ist, scheint in der FPÖ ein Streit über die zukünftige Ausrichtung der Partei auszubrechen. Nach der neuerlichen Wahlniederlage steht die FPÖ offenbar kurz vor einer Obmanndebatte. Am Türkis-Blaukurs von Parteichef Norbert Hofer gibt es inzwischen nicht nur intern Kritik. Ex-FPÖ-Chef Norbert Steger bringt sogar einen möglichen Nachfolger aufs Tapet, den Welser Bürgermeister Andreas Rabel. Steger spricht aber einen Punkt an, der für Hofer gefährlich werden kann. Dessen permanente Versuche mit der ÖVP Koalitionsverhandlungen anzubahnen. Diese haben neben der Strache-Kausa der FPÖ in der Steiermark ebenfalls nicht genutzt. Tatsächlich gilt inzwischen Klubchef Herbert Kickl als der Hauptkonkurrent von Hofer, auch wenn der Kärntner zuletzt ausschließt, Hofer als Parteichef zu beerben. Allerdings traut man eben dem härter auftretenden Kickl einen harten Oppositionskurs zu. Für FPÖ-Urgestein Andreas Mölzer ist Kickl der richtige Mann, der das vorantreiben wird's. Hofer wird's geht es nach Mölzer noch einige Zeit bleiben, das dynamische Element ist aber bei Kickl. Von den Parteigranten will das derzeit aber keiner sagen, schließlich ist Hofer ja erst vor knapp zwei Monaten zum Parteichef gewählt worden.